Ein perfekter Mountainbiketag für mich ist, wenn man eine Kombination aus einem guten Trail hat, die notwendige Aussicht oder die schöne Aussicht dazu, am Ende in einen See springen kann und ganz am Ende des Tages dann noch und sagt, das war ein geiler Tag. Das war ein geiler Tag, das war ein geiler Tag. Das war ein geiler Tag. Ja? Ja? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.